Moin moin und willkommen zu World of Tanks hier auf Karelien in der amerikanischen Linie mit dabei, der Krabum. Moin. Moin. Fahren wir hier links lang? Ja, immer links lang. Immer links. Also hier. Also jetzt. Nächstes Mal vielleicht woanders. Geht nach Laune. Biggest Definition von immer. Ja. Ja. Wie die Laune gerade ist. Ja, Randale oder was? Meinst du, wir spielen hier Cricket oder so? Dass wir eine Schläge haben. Was sind das hier? Leopard, Cromwell, ey. Voll die Autoscooter-Gang, ey. Typisch Amis. Geht nur noch die Hellcans als Cabrio. Moin, wir sind doch die Amis hier. Ja, stimmt. Ich sehe immer meine ganze Fraktion dann als Amerikaner schon. Achso, ja. Der Rest sind alles Beutepanzer, ne? Ja. Oh, da habe ich jetzt überall hingeschossen und noch nichts zum Feind. Öh. Und ich werde schon wieder beschossen. Ja, das macht mir aber nichts. Ne, tut dir nicht weh, wenn ich beschossen werde. Nö, eigentlich so irgendwie nicht. Guck mal, was ist jetzt passiert. Jetzt sehen wir, wie es Wilker platzt. Oder einen abkriegt. Warum schießt keiner auf den? Tja. Die Feinde haben mich alle viel lieber als dich. Och, wackel, wackel. Wer ist hier vor die Karre, ey? Wer? Nix. Achso. Ja, der traut sich dann, glaube ich, nicht mehr raus, ne? Ich schieße einfach pauschal mal hin. Was für ein Panzer ist da bei uns in der Mitte? Ein... Von uns oder von denen? Von denen. Nein, nicht da. Oh, Hetzer, 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 Lee. Hetzer, Lee. Da neben geschossen, Lee. So geht das. Schon wieder daneben geschossen. Ich treffe hier gar nichts. Dreimal daneben geschossen. Das ist ja nicht mehr wahr hier. Ja, aber bei uns in der Mitte ist ein gegnerischer UI und unser Crusader. Den kriegt der ja niemals platt, ne? Ne, den Crusader kriegt er nicht platt. Der macht den UI vorher fertig. Willst du jetzt gegen den UI fahren, oder was? Nein, ich wollte ein Stück vorfanden, den T-150 da zu knacken. Achso. Ja, der ist weit hinter der Ecke. Habe ich dann auch gesehen. Ja, trotzdem müssen wir uns ja irgendwas überlegen hier, ne? Ich dachte, wir stehen hier noch eine Stunde rum oder so. Ich habe Schiss, dass uns was in den Rücken fällt. Du meinst eine UI? Ich komme mit meiner Kanone bei dem nicht durch. Ich habe noch die kleine Spielzeugkanone. Du meinst, ich kann trotzdem hinfahren, ein bisschen rumweilern? Ja. Über die Lack zerkratzen. Genau. Klar, mache ich. Nein, bleib hier, bleib hier. Nö, jetzt, jetzt will ich nicht mehr. Nö, 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 nö. Dö, dip, 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 ich fahre hier jetzt rum. Von rechts ist ein Cromwell, der... Drei, zwei, eins. Wir haben sie nicht mehr eingestellt. Haha. Öh. Mein Hauptgeschütz ist nicht mehr existent. Nicht mehr existent? Ja, es wurde gerade zerstört. Hä? Wir haben Cromwell, der Capshot. Sag mal, weißt du was? Wir waren noch nie beide die letzten beiden. Ne, das zum allerersten Mal. Ja, der Cromwell zerlegt sich jetzt langsam, weil der so schnell schießt und ich keine Panzerung aufzuweisen habe. Ja, oder was schießt dann hier auf mich? Ah ja, ein OI. Jo, so. Tja, das war doch mein letztes Gefecht. Kann keiner sagen, dass wir zu früh aus dem Gefecht gegangen sind? Nein. Ausnahmsweise mal wirklich nicht. Aber ich finde, wir haben trotzdem was besser gemacht als sonst. Findest du? Ja. Mhm. Meine Statistik sagt, was anderes. Gut, okay. Ja, ich hoffe beim nächsten Mal läuft das ähnlich, nur mit Sieg. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.